Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Road to Prestige Master mit dem Schnitzer am Start. Leute, hallo. Ich würde sagen, wie schwer es suchen und zerstören, so wie du es willst. Ja, so wie ich es will, Mami. Aber hier sind nur 320 Leute aktiv in Suchen und Zerstören. Na und? Kann sein, dass ich meine... Ich muss mal kurz dann... dazu muss ich meine Suchprioritäten unterstellen. Das finde ich nix. Und wie würdest du dir MSMC spielen? Langer Lulac? Ähm... Keine Ahnung, schnelle Magaziner oder so. Weil die legen schon echt etwas lange, langsam. Ey, wir machen auch Zufall oder na? Platz hab ich echt keinen Lust. Krieg ich abfuck. Ich krieg einen richtig fiesen abfuck, aber... Richtig, aber so richtig extrem. Ne, dann, dann, Zover, alter. Aber, halleluja. Dann, dann kann man da mal hier einen rausdrücken. Aber und wie man da mal einraust... So, das ist meine Snipperklasse, glaube ich. Manche spiele ich die so... Boah. Ey, wann spielst du für Perks auf der Schnippe? Perks? Na. Nimmst nur da so mit. Leichtigkeit, Sehigkeit... Und Gewandheit, weil es die Standard-Perks sind. Hat sie noch nicht geändert. Und Taktikmaske, verzichtest du drauf. Cargo, Cargo, geil. Übergall, ne? Geil, jetzt! Yeah! Ich spiele mal mit der Type. Oh, ich geil, die Bombe, ich geil, die Bombe, ich geil, die Bombe. Oh, bombe, bombe. Ich spiele jetzt auf Sieg oder so. Ich spiele auf Sieg. Ey, ich kenne ein paar geile... Oh, wie heißt das? Plant Spots oder so. Plant Spots? Plant Spots? Plant Spots, Zombies. Nein, nein, die Gegner können ja nur da... Die Gegner können ja nur da defusen, wo man geplant hat, ne? Loll. Oh, ich bin jetzt direkt so geflasht. Ah, und da muss richtig jemand mit der Maus arbeiten. Nein, ich bin laut. Ey, ich habe zwei Leute. Ey, der Typ, der steht plötzlich mit einem Schild vor meiner Fresse und versucht, mich mit einem Wurfmesser zu keiern. Ja, der ist ziemlich hohl und ich bin down. Ist die Bombe noch bei uns? Ey, nein, der Typ hat das Messer auf Gold, also der hat keine Hobbys, der Junge. Loll, was steht denn der da nur so rum? Der ist jetzt nicht gut. Oh, Mann, du hast es bitte sehr. Aber ich höre ihn schreien und dann... Was macht der da? Der hat gerade geämt. Ja, aber warum, warum stellst du dich mitten auf der Map AFK oder so, ey? Auch behindert, ey? Ich hätte mal eine Drohne einpasst. SOG Schleuder. Geil. Ja, war das bestimmt wahr. Oh, f*** dich, Tim. Wir gehen auf A. Geh auf A jetzt. Bam, da ist der Kille. Let's go, Tesco. Ich weiß, dass hier der Schildhaini bestimmt gleich kommt. Loll, der oben ist ja mit Schild. Hab ihn. Oh, oh, ich bin so geschockt. Ja, wo? Keine Ahnung. Hinter dir, hinter dir! Alter, halleluja, leg mal jetzt an. Ich rasche mal hier etwas nach vorne. Ach, da hat mich das Schild so gerettet, Alter. Oh, Gott, aber ich habe ihn noch bekommen, ey. Das war gar nicht, das war übergeil geämmt, eigentlich. Voll Autobot, ey. Aber wenn er von oben geschossen hat, konnte er mich nicht wegen dem Schild treffen, Alter. Man kann auch übrigens durch die Fässer durch so eine ganz, ganz dünne Lücke durchschießen. Hab ich bei Teamarten gesehen. Oh ja, meine Wochen. Vielleicht soll ich mal einen anderen Weg gehen. Ich bin gerade bei 6.0, ey, ist ganz geil. Gefällt mir so. Wird es ein Nukula. Hey, da. Oh, Gott, ist der schlecht, ey. Ich habe einen Blitzschlag. Hau ihn mal raus, ne. Ich darf er raus. Oh, ich weiß, wo er ist. Oh, der ist weg. Oh, da habe ich ihn. Geile Sache. Er hat das Spiel verlassen, glaube ich. Abgefuckt, ihr Scheiße. Wo war der da, blöde? Ja, keine Ahnung. Der ging gerade nach da hinten zur A-Flagge oder so. Ne, zur C-Flagge. Noch vier weitere Kills oder fünf weitere Kills. Und vielleicht einen Diffuse oder so. Drei Kills und einen Diffuse, dann habe ich meinen Optal. Der Typ ist auch so schlecht, ne. Der steht immer mit einem Schild vor mir. Versucht mich mit einem Wurfmesser zu töten. Er schafft es einfach nicht. Ey, der Tim, der ist da, der ist da, der ist da. Der kommt da jetzt links oben. Müsste er sein. Ja, da müsste er kommen gleich. Er kommt gleich. Hast du eine Drohne oder so? Äh, nö. Ich glaube, die legen B, ja. Ich wusste, sie legen B. Weil niemand von uns bei B war. Schlechtes Aim. Aber er hatte Angst vor mir. Wo ist der in der Spacken? Hab Angst. Sind alle tot oder lebt noch einer? Zwei leben noch von denen. Ich hab einen. Komm, machen wir jetzt ja gerade mal Face-Tryouts. LOL, mit der Cup. Er kommt von hinten zu B. LOL. Da, ja, da müsste er sein, irgendwo. Ja, egal, scheiß drauf. Die Fuse einfach nicht. Mein Gott, mit der Cup, ey. What? What? Ein Headshot? Alter, du bist... Ja, hier. Hu ist Proja. Ist Pro hier. Ey, du bist so ein kranker Bastard. Ah, du... Ist er... Guck mal, ey, jetzt... Oh, wie reutig von hinten. Oh, der gallert da nicht weg. Aber hier, hallo, hallo, hallo. Guck mal, du kannst dich gar nicht mehr umdrehen. Das ist so instant mit der Scheiße. Ja, da kann ich kotzen, ne? Jetzt geht alles wieder bergab. Dann wird es wieder so 9-7 zum Schluss. Ne, es kann gar nicht mehr so werden. Geht ja gar nicht. 9-7. Ey, da kommt einer, da kommt einer rechts lang. An der Kreis in der Mitte, in Haus, bei... Der kommt zu B. Woh, erst mal überlegen, dann sprechen. Bei dieser Kreis, da in der Mitte, dann Haus. Du weißt, das rechte Haus von uns. Da, wo die Camp... Immer auf B campen, weißt du? Da ist der. Ey, da war einer drin. Ja, da hab ich auch gesehen. Er ist rausgesprungen. Er ist rausgesprungen. Schnapp ihn dir. Da kann man sich mal so einen Typen schnabulieren. Ich glaub, der rennt zu B. Ich geh mal zu B. Oh, der ist hier bei B. In dem Container da, war der drin. Jetzt ist ein Trend, der glaub ich gleich. Erklären. Nein, 0. Nein, nein, nein. Mann, von S.O.D. Schleuder wurdest du da getötet. Schleuder. Schleuder. Ich glaub... Ach, er ist, er ist last, last. Er spielt auf Cargo, ne Shotgun, ja? Muss ihn mal rein zwiebeln. Ich muss ihn mal rein knödeln. Oh. Die Bombe ist scharf. Oh Gott, Mann, was macht der denn? Oh, der hat schon ein starkes 2 zu 1. Warte, gleich macht er sein nächstes 2 zu 1. Und, und, und. Nein, nein. Oh, ey, wäre der jetzt gestorben. Wäre der jetzt gestorben. Warum? Er ist der letzte. Ja. Sauber. Ganz easy. Easy. Nein. Wir sind mal sportlich. Gutes Game. Sportlich. Warum, 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 warum. Warum zieht er noch nicht an, Alter, aber ey. Ja, wirklich, Mann, er hat die Zeit seiner Welt, ey. Die Zeit seiner Welt. Ja, die Zeit seiner Welt. Oh mein Gott, das Deutsch ist wieder überragend, Leute. Überragend. Überragend. Er wird er erfüllt. Oberüberragend. Wie viele Punkte gibt's denn dafür jetzt? 900. Ne, ne, 9 mal 5. 405, 4.500 ist das Game dafür. Das ist eigentlich über Scheiße, ne? Kriegst eigentlich viel mehr in die Herrschaft oder so. Ja, dann suchen wir noch eine Runde Waffenspiel, oder? Jo. Könnte man sich mal antun. Waffenspiel oder Scharfschützer? Waffenspiel. Machen wir mal, machen wir mal auf Waffenspiel. Waffenspiel, die Getrohleck. Oh, oh, oh. Oh ja, wir können natürlich wieder Knife-Only spielen. Das wäre auch lustig. Oh, das wäre so lustig. Unscheinend, dass wir es Knife-Only machen. Wir können ja zwei Runden machen. Das geht ja relativ schnell, Mann, ne? Ja. Ne, obwohl. Waffenspiel ist ja immer bis einer fertig ist. Das ist ja nicht nach Zeit. Das heißt, wenn wir gut Knife-Only machen, dann dauert es. Egal, probieren wir es einfach. Wo bist du? Wo spawnschst du? Links bei diesem Rondel heißt das, glaube ich. Okay, ich renne zu C-Spawn. Ja, auch 10. Das war jetzt echt eigentlich voll unnötig am Anfang, jemanden zu Knife. Und ich bin der Einzige auf einer 3-Bahn. Du hast gesucht. Ja, ich weiß. Mit der Kap-O-Lie, äh, Kap-A-Gembo. Oh, Mann, Kap. Oh, Peter, das hat mich gerne. Da musste Peter mal stechen. Wie geht der denn, Peter? Beschreibt mich jetzt an. Nein, Mann, das kann ich wahrnehmen. Nein, das hat er mich auch angeschrieben. Wer? Und wer? Andere und so. Ja, jetzt schon wieder, ey. Ich kriege hier gerade etwas auf den Sack hier. Bam, nice. Oh, oh. Ich finde es einfach, es ist zu geil, wenn sie die KSG nochmal anbauen müssen, weil sie damit, weil die meisten damit... Ich bin echt. Ja, okay, ich gehe hier beim Ars-Bahn patrouillieren. Weiß nicht, ein paar Themen, die wir uns überlegt haben für dieses Commentary. Ja, wir reden heute über Peter Schnitzer. Ja, also... Renn doch nicht im Kreis, die Made. Ey, der rennt im Kreis, ich kriege ihn nicht. Nein, und jetzt töte er mich der Wixer. Das ist overpowered knife in Call of Duty. Was hattet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare, der Typ mit der Kap musste gerade sterben. Achso, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, das weiß ich. Also, geblockt wo? Ist ja cool, wenn ich geblockt habe. Alter, hat schon niemand... Was ist das? Oh nein, 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 komm schon. Er hat die Chicken, er hat die Chicken und ich bin tot. Scheiße, dummer Shotgun-Lappen, ey. Wie er einfach nicht aufs Radar guckt, um mich trotzdem geht, Alter. Will nur Marathon haben. Ja, wahr? Und sie gucken nie aufs Radar, die schneiden das nicht, das hinter den... What? Nein, was geht, Alter? Ja, und jetzt höre ich doch. Ich glaube trotzdem, ach, zu achten. Letztes Mal war ich besser mit knife only, ne? Ich glaube, da hast du einen 32-Görner. Ne, das kann ich nicht. LOL, LOL, der hackt doch. Der dreht sich einfach so um, ja? Der dreht sich instant um, weil er auf die Drohne... Ich meine, woher weiß der, wo ich bin, ja? Es gibt überhaupt kein Dauer-UAV oder so, ne? Komische Leute, irgendwie. LOL, ich habe einen Hitmarker. Oh, war das gerade? Kommando-Launch, Alter. Launch, Alter. Ich habe dich genannt. Kommando-Launch, Junge. Oh, sick, ey. Ja, komm, komm. Ich knife dich, knife dich, knife dich. Oh, nur bei der ersten Püste. Unniunt. Oh, st***. Dies. Habe ich ihn von der Evo befreit. Oh, guck mal. Taktik-Messer 5. BAM-SUN. Schade, dass es kein, äh, immer kein, dass es kein Chat gibt, also, also, kein Audio-Chat. Dass es nur gibt, wenn man da drauf drückt. Das war ein Audio-Chat. Ja, das finde ich ein bisschen doof, sonst wäre es viel lustiger mit den Reactions, so. Oh, jetzt knifft er mich. Oh, ja. Da sterbe ich hier durch die Execution, Exekutionär. Exekutionär. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Patch? Hast du es mal mitbekommen? Ja, ich habe mir die Patch-Notes durchgelesen, analysiert und festgestellt, dass beim Swarm jetzt weniger Swarm liegt. Ne, ich meine, wann kommt denn der? Swarm irgendwas Kram. Ja, aber, ne, ist der schon draußen? Ne, je nach dem Release von dem Update-Patch-Ding-Teil. Ey, musstest du auch letztens irgendwie so ein 2-Gigabyte-Patch laden? Ne. Ey, warum musste ich dann 2-Gigabyte-Patch laden? Was soll denn der Schmarrn? Du musst das 2-Gigabyte-Patch laden. Ja, ich muss einfach so ein 2-Gigabyte-Patch laden. Ein Viertel vom Spiel oder so. Oh, er war schon bei der Sniper. Oh, er war bei der SVU, oh nein. Oh, ich habe ihn zweimal gedeerankt. Nein, 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 der E-Lac-Clan geht unter. Ich habe 22-14 hier. Peter Schnitz 22-15. 21. Es sackt, ja, es sackt einfach nur. Nein, ach, Gott. Mann, irgendwie haben sie es irgendwie geschnallt, dass man die auch auf den Ternus-Serk muss. Ne, es ist einfach zu geil, dass ich jetzt schon 3-mal hintereinander einen Sniper gerankt habe. LOL, was... Oh, Mann, warum kriege ich ihn denn nicht? Oh, guck mal, er ist schon bei der... Oh, du willst nachladen? Ist nicht. Lappen. Ey, das ist ein Schwede, der eine. Ja. Ja. Ein Schwede. Du musst einfach nur... Du musst einfach nur... Du musst einfach nur... MSR haben, musst du nur im Zick-Zack laufen. Die trefft kein Eifel, das ist bloß, ey. Wenn sie was haben... Die haben MSR. Die sind wirklich zum Teil so schlecht. Er hatte eine M27 und er hat die Vollauto. Und er trifft einfach mal nix. Loll, f*** ich doch. Sorry. Das war nicht beabsichtigt. Sorry. Loll, jetzt bin ich tot. Meinst du, wenn wir jetzt noch anfangen, richtig zu spielen, wir gewinnen? Ich glaube ja nicht. Das hatten wir ja nicht letztendlich. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass einer gerade immer mit den Snipern rummengt. Aber ich... Knife ihn die ganzen Zen. Deswegen... Ich hab ihn jetzt schon mehrmals knallt. Oh, ich... Das ist einfach mal. Ich glaube, der Typ ist richtig am upragen. Jetzt hat er schon wieder... Jetzt hat er schon wieder die SVU geschafft und er wird wiedergerissen. Oh, da ist einer mit der Balliste. Oh, warst du schon bei der Exekution? Loll, ey, aber von beiden Seiten mit Snipern, ne? Wow, wow, wow. Oh, der ist jetzt bei der Balliste, der eine. Loll, der ist schon beim Crossbow, der Typ, Alter. Nein. Den muss man leiden. Wo ist denn der? Oh, der hat mir einen Hitmarker, einen ganz gediegenden Hitmarker gegeben. Komm, du bist bei der Balliste, iss nicht. Oh, ich finde einfach so geil, dass die so langsam sind mit der LMG. Oh, er war bei Dingsbums, hier. Ballistisches Messer. Also, ich greife? Ja. Geil. Richtig gut. Boah, der Typ, der muss so abbreitern, ne? Oh, 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 oh. Ey, es gibt dieser eine Noob, ne? Da ist ein Noob im Game. Ich weiß nicht, der, der ist die ganze Zeit... Alter, ich bin 40, 20. Ne bessere KD als der führende. Oh, God. Ey, da ist jemand mit... Small, you're welcome. Und er tötet mich mit der Small. Ey, da ist jemand bei Ballistisch. Einer ist bei Ballistisch. Nein, ey, demütig, der holen soll mich. Scheiße. Ach, scheiße, das hast du noch aufs dritten Platz bekommen, Alter. 40, 21. Überkrank, Alter. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine schnelle Runde und dann spielen wir normal einfach von. Anfang an. Und dann war es dann mit der Episode. Episode, oder? Episode. Okay, was haben wir denn? Ich muss ja versuchen, dass die ja nicht länger als 20 Minuten werden, ey. Sonst dauert der Upload irgendwie 16 Stunden oder so. Und da war gar keiner Bock drauf. Ich muss jetzt endlich mal hier Telekom antanzen, so. Hallo, ja, Telekom, komm mal aus dem Arsch und mach mal jetzt hier ein Gigabit Upload, ey. Wie die Oma in Schweden. Ne, die hat 46 Gigabit Download. 46, ne. Damit kannst du ja so ein Spiel wie Black Ops. Damit kannst du vor allem Porn saugen. Ja, komm, so ein Spiel oder so wie Battlefield, ne. Ich weiß nicht, wie groß es ist, aber lädt er trotzdem in einer Sekunde oder 10 maximal. Wahrscheinlich, das Ding lädt ja schneller als deine Festplatte schreiben kann, ne. Krass, oder? Ist auch einfach mal geil. Du musst ja SSD kaufen. Ja, und dann saugst du auf ne... Boah, geil ist auch so 4 1TB SSDs in deinem PC haben, ne. Und dann hast du ja auch 4TB, ne. Ne, aber Hauptsache, äh... Und dann lass ich nochmal ne 500 Gigabit SSD mit PCI-Anschluss für deine ganzen Programms und so. Weißt du? Hatte das? Kann ich ein Zug mal nicht verpackt. Loil, das kann nicht sein, Mann. Ey, der Typ schluckt einfach 3 Bursts. Schluckt der einfach? Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich würde die Exekutionäre hochspielen. Würdest du, ja? Ja. Ich hab die doch schon, glaube ich, auf Sibirien-Tarnung oder so. Keine Hobbys, Alter. Das Ding ist bloß, mit dem Ding Headshots bekommst du einfach mal übel schwer. Ja, du musst nicht, äh, entweder das Dach zu sehen, oder du schleißt dich immer von hinten an, ich weiß nicht. Ähm, zum Beispiel auf Drohne, ne. Da kannst du immer, immer die Sniper da oben immer abgeiern, wenn wir in der da sind. Ey, kriegst du aber auch gerade nicht hin mit der KSG, ey. Du meinst auf Turbine? Ne. Ich mein auf Drohne. Ach, da hinten ein Ambush, oder was? Ja, da hocken doch immer voll viele Sniper. Achso, ja, stimmt. Wenn du da von der Seite kommst, kannst du die immer schön mit abgeiern, weggeiern. Rallern kannst du, oder? Wow. So ein Dett, was war denn da? Wo ist er? Ach, Mann. So, ja, natürlich. MS, MC, wo ist er, wo ist er? Wann kommt er? Wo ist er? Ja, Kap Akimbo. Rallern erst mal. Führst du? Ey, du bist doch ein Elender, ne? Was für ein Elender? E-Leg, Wabo. Lein. Ach, Mann, was soll ich denn mit der Sniper-Core-Gegniss machen, ey? Boah, ich krieg aber auch gerade auf den Sack. Mann. Aber egal, jetzt hab ich Skorp jetzt. Oh, wer fackt's. Oh, das. Oh, jetzt ist hier die Kuh, baby. Oh, die Chick. Am Schlüssel. Oh, ich liebe die Chicken. Oh, yes. Ich liebe die Chicken. Liebe die Chicken. Komm, komm, komm. Oh, ich dachte jetzt, man muss nur aufhören, so hart zu campen irgendwie. Okay. Leu, ja, natürlich. Oh, Gott, ist der schlecht. Im Nahkampf mach ich ihn mit der Burst-Waffe einfach mal tot. Bist du rum? Wo bist du gerade? Nein, du den neifst mich. Wo bist denn du? Bei der SMR? Oder wie sieht das aus? Na, sag mal. Oh, geradehin war ich schon bei der DSR. Was hat er gesagt? Ich hatte. Oh, jetzt hat der Typ endlich, der Level 17er, endlich mich mit der Exekution näher getötet. Nein, ey, jetzt verkack ich's noch am Opfer. Ey. Ohne Scheiß. Oh, SVU. Oh, warum ist hier? Mann, ey. Warum ist hier SVU eigentlich mit Thermal, ey? Ich versteh's nicht. Ah, genau, Skull. Nein, schade. Hör mal, zoogt man eigentlich schneller rein? Nein, ne, 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 ne. Nein, und der neifst mich instant, direkt. Ist er da oben noch? Ja. Oh, mit der SVU geier, der mich da weg. Äh, Bastard. Ey, wie sind da alle drei jetzt bei der Balli... Ne, DSR heißt es ja. Und ich wär schon zweimal über der DSR gewesen. Nein, über die DSR. Nein, direkt. Oh, Ballista-Time. Aber Ballista ohne Visier ist schon irgendwie... Ich weiß nicht, nicht so geil. Ich dachte so am Anfang, so ist es bestimmt übergeil. Kannst du im Nahkampf richtig abgehen. Aber die zielt ja trotzdem so überslow rein, ne. Oh, Scheiß. Dafür, dass sie kein Visier hat. Ne, Marker mit der Ballista erst mal. Hm, na, wie ich das lieber. Hm, hab ich schon weg von der Ballista? Hab Armbrust. Na, laber nicht. Natürlich. Ey, ich krieg hier aber auch noch im Sack. Äh, Scheiße. Mein Gott, hier. Müssen wir aber mal richtig drei harten, ne? Ich glaub, ich muss nicht mal live und nicht wissen, du. Na, das geht hier doch nicht, Alter. Kannst du vorher vergessen, dass sie noch... Oh ja, die Sma... Oh ja, die RPG. Hm, oh ja. Ja, Spawn-Trap-Bern. Oh, ich liebe Spawn-Trap-Bern. Oh, ich liebe Spawn-Trap-Bern auf dem Level. Nein! Bist du bei Armbrust oder bei... Nee, bei Besser. Oh, verdammt. Du bist gut, du Meister. Scheiße. Oh, ich bin bei Armbrust. Komm, komm! Armbrust! Nein, ich weiß nicht, ich probiere Knife, der mich. Ich krieg den Knall. Oh, dann hab ich ja sogar noch ne Chance zu gewinnen, ey. Nein! Oh Gott, bin ich schlecht. Oh, ich bin beim Knife, ich bin beim Knife, Alter. Das ist ein Hurensohn. Guck dir das an! Guck dir das an! Das ist so... Das ist einfach nicht schön, Alter. Nee, der war richtig schlecht. Da stand einer still. Ich hab so richtig lange drauf gezielt, so. Einfach nur, um dich zu demütigen, so. Oh, guck mal, da ist einer. Oh. Oh. Nee. Mann, nee, du bist so ein Wieser. Ich hätt's schon zweimal gepackt, ja. Dann will ich für Sixty machen. Mö. Mö. Köstlich. Okay. Schönes Ende für diese Episode. Also Leute, haut rein. Jetzt wird noch ein bisschen geschnitzelt. Haut rein. Sagt den Leuten Tschüss-Schnitzelchen. Das ist unhöflich. Nein, fake dich. Ganz vergessen. Okay, haut rein, Leute.